meine damen und herren herzlich willkommen bei einem neuen video heute geht es um ein außergewöhnliches ein extrem teures stück und ich werde ihnen jetzt präsentieren ein messer der superlative man sieht schon an den markings an der beschaffenheit an dem material klingen stand dass es sich hier um etwas ganz besonderes handelt wir werden es jetzt mal öffnen eine wunderschöne klinge der stahl der klingenstahl ist eine geheime rezeptur nur der nasa bekannt und preislich bewegen wir uns auch hier in einem rahmen wer da nach dem preis fragen muss der kann es sich einfach nicht leisten so das war's scherz beiseite das gute messerchen stammt von der firma so viel habe ich mal rausgefunden das ist das emblem von dem ganzen so wir haben ein teilweise feder unterstützten folder ja mit einer fehlschärfe hier oben also nicht beidseitig geschliffen trotzdem einhand bedienbar ja will ich nur dazu sagen bevor jetzt leute kommen sagen ja der hat gesagt das ist nicht zweiseitig nein es ist einseitig geschliffen es ist ja wie man es eben schon sehen konnte ja vom klingen stand her ich will jetzt mal einfach ein stückchen papier und machen wir noch mal den normalen schnittes es geht ja es schneidet ist aber auch so ein feeling dabei wo man sagt okay könnte man jetzt schon ein bisschen was dran machen ist man sieht so an den schnittkanten fahrs hat so ein bisschen aus aber okay man ist okay schneidet schneidet ich habe schon lesen ich habe gesehen daher so allerdings ja rein optisch ja ne es gibt so sachen die sieht man und ja dann stellt man so einfach dann kommen sie an und man guckt man denkt welchen geistes zustand hatte ich als ich da bestellt habe klar mag sein dass vielen leuten dieses teilchen jetzt gefallen wird ja rein von der optik her ich sag mal ja mein fall ist es normalerweise nicht wie man sieht der klingen stand also mittig ist was anderes schärfe ja okay der clip ja hier das ganze ist aufgeauf gedruckt glaube ich auf dem metallgriff der der rücken hier der backspacer ist aus kunststoff dann haben wir schwarze backen und dann ich denke mal alu oder stahl drauf das ganze ist dann hier auf gedruckt ja genau wie hier bei den und auf der klinge halt auch die schnappt auch schön raus das teil sieht ja hat gewissen gewissen touch hat schon liegt auch gut in der hand aber ja ist jetzt normalerweise nicht das was man sich in oder was ich mir eine sammlung reinlegen würde wir gehen mal kurz zu den daten durch oder das wird man gerade so noch erfahren oder wir haben eine klingen länge von 8,5 zentimeter fast 8,6 von vorne ausgehen sind mal bei 8,5 wir haben eine griff länge von 11,5 und eine breite eine griff breite von 1,3 zentimetern wiegen tut das ganze teil schon ein bisschen schwerer der klotz 133 gramm so wie gesagt warum bestellt man sich sowas ich habe keine ahnung ich habe es gesehen ich habe gedacht okay wir waren preislich bei ich glaube 13 euro waren glaube ich 13 euro ich habe mir ich habe mir noch ein zwei andere messer bestellt gehabt und habe das hier gesehen und habe gedacht weißt du was das sieht so außergewöhnlich aus ich bestelle das jetzt einfach mal mit uns kam an wie gesagt man packt es dann aus und man guckt und denkt okay ja auf der anderen seite muss ich sagen jetzt ist man noch mal ein bisschen abwechslung mit dem ganzen in den ganzen videos ich meine auch die die messerformen und wie die ganzen messer aussehen irgendwann ja ist man bei g10 um die karte und auch bei holzgriff und allem anderen mal am ende und dann ist das hier doch noch mal eine ganz schöne abwechslung dazwischen ja also wie gesagt preis lag 13 euro 13 euro 50 keine ahnung ja ja die klinge besteht aus einem 440er stahl und wie gesagt auch der griff ist komplett metall und ja ansonsten gibt es auch gar nicht viel zu zu sagen die schrauben die drin sind alles ganz normale talks größen kann man auch alles nutzen sage ich mal wie gesagt vom klingen stand könnte man je nachdem über das ganze noch ein bisschen investieren könnte könnte man den sogar mittig bekommen der wahrscheinlich auch kein thema und rein von der optik wie gesagt man ganz was anderes ganz was anderes ja so viel auch dazu bezeichnung von dem ganzen habe ich keine falls jemand irgendwas weiter rausfindet oder mehr über dieses messer sagen kann wäre ich natürlich sehr dankbar ich bin sammler aber ich bin bei weitem nicht allwissend ja es gibt viele leute die mir dann irgendwelche kommen oder es gibt leute die mir dann kommentare schreiben was den stahl angeht und sowas und man lernt halt dazu und das ist auch das schöne sage ich mal an diesem ganzen hobby oder an der community sowieso bei uns wenn es darum geht und ich lerne gerne dazu also falls mir noch jemand was zu entweder der firma schon ming sagen kann oder zu diesem messer an sich zu dem stahl wie es verbaut wurde oder sonst was bin ich natürlich sehr dankbar darüber ansonsten klar bleibt gesund haut rein haltet die ohren steif wir sehen uns und bis dann tschaui tschaui tschaui